So, ihr Lieben, Monatsabschluss Mai! Yay! Ich habe übrigens ein neues Stativ, es wackelt nichts mehr. Ihr könnt jetzt gefahrlos meine Videos gucken. Ich habe hier meine Ausgaben Mai 2023. Ich habe schon mal zusammengehalten. Ihr seht, am Monatsanfang gebe ich irgendwie immer ganz viel Geld aus. Ist aber noch nicht zu ändern. Ich schreibe das ja immer wochenweise auf. Ich mache ja keine Wochenabschlüsse. Ich mache ja nur einmal gesamt. Aber das ist auch wieder ganz schön viel Geld. Weil der Sommer steht vor der Tür. Ich brauchte unfassbar viele Sachen für draußen. Für den Garten, für, ach was weiß ich. Und das ist, ja, das kann nicht sein. Dieser Rechner macht mich auch ganz fertig. 260 plus 220 plus 10 plus 65 gleich. Oh, 555 Euro habe ich ausgegeben. Nur aus den Umschlägen. Junge, Junge, Junge. Das ist wahrhaftig viel. Oh, na gut. Gut, das schreibe ich jetzt hier rein. Bei den Umschlägen. 500, 555. Ach, übrigens, falls ihr euch fragt, woher diese Sticker sind. Guck mal, Blümchen, Blümchen. Giraffe. Das ist irgendwie eine Antilope. Ein Nähpferd. Zebra, Löwe, Hyäne. Die habe ich gezeichnet. Und da habe ich so Stickerbögen von gemacht. Es gibt einmal White Life. Das ist dieser. Das sind also Klarsichtsticker. Also wie gesagt, die habe ich alle gemalt, gezeichnet. Und dann transferiert. Die gibt es einmal. Und dann gibt es diesen Stickerbogen. Mit den ganzen Blumen. Leider bin ich nicht so, dass ich so eine Stanze oder sowas habe. Das heißt, man kann sich das ausschneiden. Aber lasst mich mal wissen in den Kommentaren, ob ihr die gerne im Shop erwerben würdet. Weil das ist halt so meine Malerei mit den Blumen. Viele kennen das ja schon, dass ich solche abstrakten Blumen male. Und ich finde das ganz süß. Und mit den Herzchen. Kannst du ja dann immer das rausschneiden, was du benutzen möchtest. Weil ich habe jetzt hier die kleinen Blumen. Von da sind so Lückenfülle. Aber gerade die mag ich gerne. Dann diese sind da. Und die beiden Herzchen habe ich da eingetippt. Könnt ihr mich ja mal wissen, dass ihr noch ein paar Interesse daran habt. Weil dann mache ich welche für den Shop fertig. Ne? Nur mal so. So, jetzt geht es aber weiter. Das war jetzt Werbung in eigener Sache. Ich lege die mal hier hin. Guck mal, wie süß. Kann man das überhaupt sehen? Seht ihr das? Also, ich muss jetzt immer aufstehen, um zu gucken, ob ihr auch alles in der Kamera habt. So, jetzt geht es aber weiter. Hier. Einnahmen habe ich. Rente. Es soll ja jetzt eine Rentenerhöhung geben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich über 1.100 Euro kommen. Plus 180 Extraeinnahmen gleich 1.270. Das trage ich hier unten auch ein. 2.70. Dann meine monatlichen Abbuchungen. 10 plus. Diesen Rechner muss ich echt im Auge behalten. plus 20 plus 80 plus 15 plus 1 plus 10 plus 100. Gleich. 241 Euro wurden diesen Monat bei mir abgebucht. So um den ersten rum. Und ich zahle ja auch noch auf Sparbuch, Urlaub, mein Enkel, etc. etc. Da kommen nächsten Monat noch mehr Ausgaben zu. Weil ich habe wieder Paypal-Rate. Ich glaube 35 Euro. Die sehen wir aber dann, wenn ich das Cash-Stuffing mache. So, dann wollen wir das mal ausrechnen. 1.270 minus. 190 war die Kreditkarte. 241 die monatlichen Abbuchungen. Und 555, was ich ausgegeben habe, macht einen Plus von 284 Euro. Das ist also rein theoretisch noch bei mir auf dem Konto. Stimmt nicht ganz. Aber das ist mir egal. Hauptsache ich bin im Plus. Steht hier. Was jetzt schwierig wird. Jetzt muss ich noch hier meine Ausgaben eintragen. Jetzt muss ich gucken. Auto. Auto habe ich hier einmal. Und zwar habe ich für 40 Euro getankt. Sparen, meine ich, habe ich nichts ausgegeben. Nein. Da sind noch die ganzen 100 Euro drin. England habe ich auch nichts ausgegeben. Nein. Da sind auch noch 100. Projekt weiß ich. Habe ich Projekte? Hatte ich da jetzt was oder nicht? Schauen wir doch lieber nochmal. Nein. Habe ich auch nichts ausgegeben. Ich meine, bei Kosmetik habe ich was ausgegeben. Haushalte, Vorsorge, Einkauf, Einkauf, HW. Kleidung. Nö. Ich war nicht beim Friseur. Ich lasse mir jetzt doch die Haare wachsen. Musste mal im letzten Video gucken. Die liegen mir jetzt halb auf den Ohren. Das ist ein ganz komischer Zustand. Bei Freizeit habe ich diesmal nicht alles ausgegeben, weil ich nämlich so viel im Garten zu tun hatte, dass ich mir kaum Freizeit gegönnt habe. Da habe ich nur die Hälfte ausgegeben. Das macht mich ziemlich happy. Bei Kleidung habe ich aber was ausgegeben. Und zwar... Achso, warte mal. Jetzt hier Freizeithäkchen, damit ich hinterher nachvollziehen kann. Kleidung, 35 Euro. 35. Bei Haum. Haus. 150. Nee, das war das andere. Haum. Hier haben wir es. Habe ich ausgegeben. 50. Und das war es auch. Haum. 50. Wir gucken dann natürlich in den Umschlägen, ob das stimmt, ne? Geschenke meine ich. Habe ich nichts ausgegeben. Nee. Da habe ich nichts ausgegeben. Bei unerwartet. Was ist das denn? Bei unerwartet nichts. Ist ja krass. Ha. Bei Hobby habe ich aber was ausgegeben. Das weiß ich, weil ich habe mir einen Füller gekauft. Für 25 Euro. Dann habe ich mir so einen Konverter. Sind 35. 35 Euro ausgegeben. Bei Einkauf. Einkauf habe ich 20. 20 Euro ausgegeben. So bei Haus jetzt. Haus. 150. Das war für den Garten. Das war es auch. 150. Bei Vorsorge habe ich viel ausgegeben, weil ich brauchte echt Medikamente. Das sind einmal 15 Euro. Einmal 40. Also 55. Und 10. 65. Und 15. sind 80 Euro. Das ist viel. Und bei Baby habe ich was ausgegeben. Das weiß ich auch. Baby 40. Und Baby 15. Also 55. Ich glaube bei Einkauf habe ich was vergessen. Hier ist nämlich noch einmal Einkauf. Da 40. Ich nehme mich 60 Euro ausgegeben. Siehst du? So jetzt dürfte es eigentlich nicht wackeln. Ne. Tut es auch nicht. 60. So. Das regne ich jetzt mal aus. Ob das 555 Euro sind. Nur wenn es das ist. Dann habe ich alles richtig gemacht. 40. Plus 50. Plus 35. Plus 50. Plus 35. Plus 60. Plus 150. Plus 80. Plus 55. gleich 555. Yay. Ich habe alles richtig gemacht. Da muss ich mir wirklich mal auf die Schulter klopfen. Ganz ehrlich. So. Jetzt rechnen wir die Reste aus. Was ich noch haben muss. Bei Auto habe ich noch 30 Euro drin. Bei Sparen noch 100. Bei England noch 100. Meine Tochter kommt übrigens nächsten Monat. Also so in drei Wochen werde ich sie sehen. Weil meine Kleine kriegt ja ihr Baby. Und dann kommt die große Schwester aus England angereist. Um sie zu unterstützen in der ersten Zeit. Finde ich sehr sehr schön. Bei Freizeit habe ich noch 50 Euro drin. Bei Kleidung 65. Bei Haum müssen es noch 70 sein. Geschenke habe ich noch die ganzen 150. Und da wartet habe ich wirklich noch 100. Das ist ja echt ein Ding. Da freue ich mich. Hobby. Habe ich noch 35. Einkauf. Habe ich nur noch 20. Naja gut. Haus. Habe ich noch 150. Vorsorge. 140. Und Baby noch 50. So, jetzt machen wir die Gegenrechnung. 30 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 60, 50, 65, 70, 150, 100, 35, 20, 150, 140, 50. Gleich 1.220. Und das stimmt. Und das ist das, was ich für nächsten Monat mit übernehme. Bin ich ganz zufrieden mit, weil es mehr ist, als ich jetzt hier im Mai hatte. Wie hoch mein monatliches Kälterstuffing für Juni ausfällt, das weiß ich noch nicht. Aber, das ist eine Bilanz. Mann, da kann ich sowas von zufrieden mit sein. Ich glaube, wir übertragen noch hier aus dem Vormonat. Dann haben wir beim Cashestuffing nicht so viel. Weil das ist immer ganz praktisch. Ich knick mir das dann so um. Und dann kann ich das da reinschrauben. Freizeit, 50 Euro. Ich bin echt erstaunt, weil da gebe ich immer alles aus. Aber kann man mal sehen, wenn man keine Zeit hat, privat was auf die Beine zu stellen, dann kommt das halt zustande. Und dann muss ich mir überlegen, wo ich dann wieder viel reinmache. Bei Haus muss was rein, bei Geschenke. Weil da ist auch Weihnachten. Baby, 50 Euro ist okay. Da habe ich meiner Tochter schon gesagt, sie soll überlegen, was ich dafür noch Sinnvolles anschaffen kann für das Geld. Das habe ich ja für die kleine Püppi gespart. Wofür sie das noch verwenden möchte, weil ab Juli bekommt die Püppi, genau wie mein Enkel Felix, jeden Monat von mir Geld überwiesen. Das sind ja Kosten, die hier drin stecken. Felix 20, Urlaub bezahle ich jeden Monat 80. Und wir sammeln natürlich für Urlaub Kleingeld. Da habe ich schon ganz schön viel zusammen. Wollen wir mal schauen. Vielleicht meine Auflistung. Hier sind meine zusätzlichen Einnahmen. Und hier ist die Auflistung, was jeden Monat kommt. Und da seht ihr, Baby hat ab Juli kriegt es auch Geld. Felix hat jetzt 460 Euro auf seinem Konto. Im Urlaub bin ich bei 863. Das ändert sich im Juni natürlich wieder, ne? Abrechnung habe ich schon eingeschrieben. Kreditkarte, alles fein. Jetzt kontrollieren wir noch, ob alles in den Umschlägen stimmt. Finde ich immer ziemlich wichtig. Ich muss aber erst mal kontrollieren, ob ihr alles seht. Ja. In den Autos. Ist mich gar nicht so leicht, weil jetzt ist das Stativ da oben. Ich muss hier jetzt mal aufstehen. So, wollen wir hoffen, dass das alles stimmt. Auto 30 Euro. Yay. Alles richtig gemacht. Ich glaube, diese Abrechnung wird vielerfrei. Das sollte mich wundern. Sparen 100 Euro. Also 50, 70, 90, 100 steht auch da. Perfekt. England. 100 Euro. 20, 40, 60, 80, 90, 100. Hier steht auch. Dann haben wir das Projekt. Ich stelle jetzt übrigens, möchte ich von Brille auf Kontaktlinsen umstellen. Ich war am Samstag beim Optiker und habe den Auftrag dazu gegeben, Linsen in meiner Stärke anzufertigen. Da bekomme ich jetzt ein paar Probelinsen und ich habe ja so diverse Probleme mit den Augen und ich habe aber noch größere Probleme mit meiner Brille. Weil im Sommer geht das für mich gar nicht, weil es tut weh. Es rutscht und ich fühle mich so unwohl mit dieser Brille. Ich beschlossen habe, es mit Linsen zu probieren, aber ich brauche so eine Gleitsichtlinse. Und der Optiker meinte, es wäre nicht so ganz leicht, sich damit zurechtzufinden. Ich will es aber versuchen und zudem habe ich, wer mich länger kennt, ja das Problem, dass mein linkes Auge immer trennt. Und er meinte, es könne besser werden durch die Linse, es könnte sich aber auch verschlimmern. Also drückt mir mal die Daumen, dass das klappt. Die werde ich nächste Woche abholen und dann checke ich das mal. Und da geht das Geld vom Projekt dann wahrscheinlich für drauf. Das sind 50, 70, 90, 100 Euro, weil ich weiß nicht, was diese Linsen im Endeffekt kosten werden. Da wollen wir mal gucken. Kosmetik müssten noch 60 Euro drin sein. Schauen wir mal. 20, 40, 50, 60. Passt auch. Wow. Trotz der hohen Ausgaben scheint alles zu stimmen. Freizeit 50 Euro, 20, 40, 50. Yay. Passt auch. Bekleidung. 65, ja. Steht da auch. 50, 60, 65. Wow. Sollte diese Abrechnung die erste sein, die ohne Fehler ist. Weder verschrieben, noch verrechnet, noch sonst irgendwas. Das würde mich massiv wundern. 70, 20, 40, 50, 60, 65, 70. Hoho. Das habe ich echt noch nie gehabt. Geschenke. 150, 50, 100, 110, 120, 130, 35, 40, 45, 50. Donnerschlag. Krass. Ja, ja. Macht mich glücklich. Unerwartet. Die gesamten 100 Euro. Yep. 50, 70, 90, 100. Hobby. Da muss unbedingt wieder was rein. Weil ich höre ja nicht auf zu malen. Ich habe jetzt übrigens Kalender gemacht mit meinen Häusern. Ich weiß nicht, wie ich euch die vorstellen kann. Da habe ich noch zwei Stück. Soll ich die meinen Shop stellen? Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr sowas möchtet. Ich kann dir auch noch mal vorstellen. 20, 30, 35. Genau, ich stelle noch mal vor, was ich so gemacht habe, was sich bei mir im Shop befindet, weil ich habe auch unfassbar viel schöne Wolle gesponnen. Mit dem elektrischen Spinnrad draußen im Garten ist eine wahre Freude. Hier haben wir den Einkauf. 20 Euro, ja, auch das ist richtig. Donnerwetter, Donnerwetter. Ja, ich glaube, ich mache mal so ein Video. Dann haben wir Haus. Da muss unbedingt wieder was rein, weil das ist ja eigentlich für Nachzahlung. Da hat sich jede Menge getan. 50, 100, 120, 130, 140, 150. Geht alles auf. Wenn erschüttert. Natürlich positiv, ne? Vorsorge habe ich diesen Monat am meisten verbraucht. 140, da habe ich ganz schön viel aus. Da habe ich eine Faszienrolle, Biotin, weil mir die Nägel ständig abbrechen. Da muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Und Rezept ist ja immer 15 Euro. 50, 100, 120, 140. Doch das stimmt. Mensch, Mensch, Mensch. Urlaub brauche ich nicht. Felix auch nicht. Und Baby sind noch 50 Euro drin. Yeah. Da habe ich nämlich eine neue Matratze gekauft. Einen Kindersitz. Einen gebrauchten. Für den brauche ich ja nicht so oft. Und jetzt sind noch 50 Euro drin, wo sich meine Tochter noch überlegen kann, was sie da haben möchte. Und jetzt guckt mal, die Abrechnung ist doch sowas von nur einmal radiert. Wow. Ich bin begeistert. Und dann sehen wir uns wieder. Ich denke mal Samstag. Ich hatte jetzt meinen Stammzuschauern erzählt, dass ich wieder starke Frauen mache, dass ich das diese Woche mache. Aber ich schaffe es nicht. Und die Abrechnung geht für mich halt auch im Moment vor, damit ich immer auf dem Laufenden bleibe. Weil ihr wisst, Geld sparen, ohne geizig zu sein. Macht Spaß, weil ich habe ganz schön viel ausgegeben. Und trotzdem ist es so, dass ich noch einen Plus abgestaubt habe. Und das macht mich richtig, richtig heavy. Wir sehen uns dann am Samstag mit ganz viel Bargeld wieder. Bis dann, ihr lieben Süßen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Und denkt mal drüber nach, ob ihr das möchtet oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's.